Schneller als gedacht kamen wir in den Whole Foods und haben die Gelegenheit genutzt in Rhein und haben ein paar Sachen gefilmt. Wir sprechen mal über unseren Einkauf, der gar nicht so teuer war. Was haben wir bezahlt? 68 Dollar oder so, das sind ungefähr 60 Euro. Und wir haben ein paar schöne Sachen und ich versuche immer die Bilder, die ich im Laden gemacht habe, einzublenden, während wir ein bisschen darüber sprechen. So, wir haben ein paar Sachen gekauft, wir haben uns natürlich stark zurückgehalten, das ist ein Paradies. Stark, also wir haben fast nichts gekauft von den Produkten, die der Felix gefilmt hat. Aber auch, weil wir es halt nicht zubereiten können. Als erstes Salat und das ist ja so, das kennen wir auch, aber die haben da ja alles geschnitten. Also die haben Selleriestangen, die haben jegliches Gemüse, die haben Rosenkohl fertig geschnitten, also die haben alles fertig geschnitten. Wahnsinn. Aber Tüte, weil wir haben hier, wie gesagt, keine Schüssel, nichts und keinen richtigen Messer, also wir können keinen Salat schneiden. Und ja, deswegen die Tüten. Auch Dressings, wirklich, diese ganzen Ranch-Dressings, diese Joghurt-artigen Dressings, alle vegan, verschiedene Sorten, Knoblauch, alles Mögliche. Das erste Mal, dass wir das so krass gesehen haben im Whole Foods. Honey Mustard ist auch eine Honig-Alternative, ich weiß nicht genau, was das ist, aber sehr, sehr cool. So, das sind die Meatballs. Die sind gefroren, die sind langsam am Auftauen, wir haben eine Stunde auf den Bus gewartet eben. Ja, kennen wir, sind bestimmt lecker. Die sind von der Eigenmarke, das ist alles immer von dieser Eigenmarke, 3, 6, 5, also 350 Tage im Jahr wahrscheinlich, von Whole Foods. Käse kennen wir auch, gibt es aber natürlich auch in wirklich, also wirklich Parmesan, es gibt ganz, ganz viele Sorten, verschiedene Käse. Also der Scheibenkäse ist jetzt, ich finde, Vegan-Käse ist eh nicht überrauschend, schmeckt jetzt auch nicht anders wie die bei uns. Ah, du hast den genommen? Ja, ich überweist den. Protein-Shake, wusste ich gar nicht. Ja, einmal Protein-Shake. Gibt es auch in so kleinen Größen, das gibt es bei uns zum Beispiel auch nicht, oder? Doch, 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 aber was es auch gab, war so in Pulverform, so in Tüten, so Einzeltüten, das fand ich auch ganz cool. Aber natürlich mit 4 Dollar ungefähr, sehr teuer. Ja, so, weiter geht's, das sind fertige Gerichte, gibt es auch ein paar von, das ist jetzt rei-, indisch ist das, ne, irgendwas? Ja. Ja, gibt es verschiedene Sachen auch im Tiefkühl. Wir wollten halt gucken, was wir halt in der Mikrowelle und so fertig haben können, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Aber es gab richtig coole Sachen. 4,50 hat das jetzt gekostet zum Beispiel, das hier. Das geht eigentlich, das sind 4 Euro. 4 Euro, ja. Krass. Das Label jetzt nochmal mit veganer Lasagne, auch ganz cool. Das habe ich auch nicht gesehen, dass du das gekauft hast. Ist das ein Sparkling? Nein, aber ich wollte einfach mal kein Leitungswasser, wo ich vielleicht Chlor rausschmecke. Das ist der große Geldspart. Nämlich, ich wollte echt Sprudelwasser, aber das Einzige, was die haben, ist mit Glasflaschen und das war jetzt für den Transport ein bisschen scheiße. Das ist mal eine ordentliche Packung Hummus. Das ist sau günstig. Ich glaube, der hat nur 6, also es geht natürlich noch günstiger, aber der hat 6 Dollar gekostet und ist fast... Da ist wirklich viel drin, warte mal. 454 Gramm, also das sind praktisch zwei deutsche Packungen. Dann ist man wirklich beim deutschen Preis. Ja, dann, das haben wir mir zu verdanken. Ich will ja immer ein bisschen Obst und die haben das ja natürlich auch alles nur so abgepackt, aber das war günstig. Vielleicht, weil es kurz vorm Ablaufen, also nicht mehr so geil zum Verkauf ist, aber so eine größere Packung. 6 Dollar, 5 Dollar, irgendwie so. Und da gibt es ganz viel verschiedene Sachen, auch gemischte Obstdinger und alles Mögliche. Also das Wassermelone, falls man es nicht erkannt hat. Hier haben wir noch eine vegane Bolognese, ganz klassisch. Kann man zu Reis machen, wir haben noch Reis da. Kann man auch in der Mikro dann machen. Perfekt. Ja, jetzt deine Tüte. Was ich immer ganz interessant finde und es ist einmal richtig dumm gewesen, diese Konservendosen haben nie diesen Nippes zum Abmachen. Man braucht immer einen Dosenöffner oder einfach ein sehr scharfes Messer, um es irgendwie aufzukommen. Das ist so geil. Popcorn mit Cheddar, mit Salte. Himalaya-Salte, mit allem Möglichen. Aber nicht süß. Meine Tüte ist wenig spektakulär. Achso, nein, das ist nicht vegan. Ich habe mir... Nicht vegan. Doch, es ist vegan. Eine Pharmacy, mein Haargel für meine Locken geholt. Kinky Curly. Bin ich aber nicht so gut, wie alle immer sagen. Ein Drittel vom gesamten Einkauf kostenmäßig. Und wesentlich teurer als wir in Alabama im Mobil waren. Da muss man aufpassen, hier in den Staaten. Wie ein Dollar-Unterschied. Verschiedene Steuern, manchmal gar keine Steuern. Das ist echt 30,50 Euro. Ganz klassisch Tortillas, Tortillas, Tortilla-Chips, weil ich vorher drauf gekommen bin. Wir haben aber keine Salze, also wir haben nur noch ein bisschen Salze. Das war ein bisschen doof. Also meine Tüte ist nicht so spektakulär. Jetzt haben wir noch zwei Brote. Weil in dem Save-A-Lot, wo wir vorher waren, da gab es nur Weißbrot und wir wollen wenigstens ein bisschen satzschuhen. Steht zumindest Vollkorn drauf, aber irgendwie, das ist nicht so das Typen. Nein, die haben ja einfach, das sind Samen, Seeds. Seeds, Samen, genau. Kerne. Multi-Grain. Und ich muss das, ich habe auch gesagt, ich bezahle selbst, mir ist es mir egal. Also die haben einmal ja auch so in der vegane Pizza da gehabt, in ihrem Bäckerstand. Also fertige vegane Pizza, ne? Wie man sich so mitnehmen kann direkt. Es sah richtig lecker aus, aber wir haben mal gesagt, nee. Aber als dann die veganen Donuts. Das gab es einmal, glaube ich, mit Cinnamon und ich. Natürlich Schokolade. Vegan, das war mein absolute Highlight. Und relativ, das hat acht Dollar gekostet. Und es sind sechs Donuts drin. Und da, ja wie gesagt, wir haben jetzt 67, 68, 68 Dollar gezahlt. Ich habe mit weitaus mehr. Wir hätten uns da dumm und dämlich kaufen können, weil es, also ich, das war das erst, das war richtig, also es war richtig krass diesmal in dem Whole Foods, fand ich. Also der Whole Foods, wenn man sich mal so ein bisschen Zeit nimmt. Und heute haben wir uns ein bisschen Zeit genommen, weil wir auch genau geguckt haben, dass wir ein paar Sachen finden, die irgendwie ganz cool sind. Und da, da merkt man mal, wie viel vegane Auswahl der hat. Das ist, das ist unfassbar. Also der Laden wirkt gar nicht so groß, aber er hat so viel vegan. Also es kommt doch auf die Standorte. Ja, aber es ist trotzdem die, die Nummer eins immer noch was vegan. Wir dachten immer so der Publix und so, ach, das ist ja eigentlich gut. Aber wenn du dann den mit dem Whole Foods mal richtig vergleichst, uff. Ich merke auch immer, wie er die, die Leute sind hier eh ja immer sehr freundlich, auch in den Supermärkten, aber ich finde im Whole Foods sind die nochmal so. Aber weil das auch meistens an der Kasse, oder die, die Leute, die, weil einer ist ja kassiert, der andere räumt ein meistens. Die sind immer diese coolen, jungen Dudes und Duderinos, die dann dir das so einpacken und so, have a good day. Und wenn du einmal zum Prime hast, dann geht es noch ein bisschen billiger, weil der ganze Bums gehört ja. Bio-Laden, ne? Also ein Bio-Laden gehört zum Jeff. Klar. Das ist ja logisch. Ja, okay, Amazon gehört ja jetzt nicht komplett dem Jeff, aber Whole Foods gehört zu Amazon. Das haben die, wann haben sie es gekauft? Ich weiß nicht. Vielleicht, ich blende es mal ein. Auf jeden Fall, wir sind wie immer begeistert und wir freuen uns jetzt, dass wir essen können. Wir haben wirklich, du hast Hunger. Ich habe richtig, ich hatte schon richtig keinen Bock, das Video aufzunehmen. Aber es ist auch eine Stunde offen. Wenn ich im Bus setze, finde ich das mega geil. Aber wenn ich warten muss, das ist das Schlimmste. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht können wir es dann noch beantworten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.